I need some serious advice. Ich brauche mal wieder ein paar sehr gute Ratschläge. Ich gebe es äußerst ungern zu, aber ich bin so ein typischer Fall von 13 Jahre zur Schule gegangen, danach weder Wer noch Zivildienst, auch kein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr, sondern nach dem Abi ein Bachelor, dann ein Master of Science und anschließend noch ein PhD in Elektrotechnik gemacht. Meine Herren, Sie können mir gar nicht. Mein Abitur habe ich hier in der Tasche und meinen Doktor oben klein. Hier ist mein Abiturientenzeugnis und hier mein Doktordiplom, hier mein Literaturpreis. Und das würde mich besonders interessieren, meine letzten Verlegerabrechnungen und mein Einkommensteuerbescheid. Und zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier bin ich jetzt 33 Jahre alt und wenn ich es mir genau überlege, habe ich in meinem Leben eigentlich nur drei Jahre als Angestellte gearbeitet. So kann es gehen. Ich fühle mich manchmal so, als ob meine Ausbildung, quasi Schule und Uni total sinnlos waren. Ich brauche davon nichts mehr, habe ich das Gefühl. Und ich frage mich, ob das nicht wirklich eine Zeitverschwendung war. Nicht, dass ich sonst nicht auch Zeitverschwendung würde, aber wenigstens macht mir das andere Spaß. Ein viel zitiertes Zitat von Elon Musk, das immer falsch zitiert wird. There's no need even to have a college degree, at all. I don't care about your degree, I just care about you. If somebody graduate from a great university, that may be an indication that they will be capable of great things, but it's not necessarily the case. Teach problem solving or teach to the problem, not to the tools. Ich habe zwar auch sinnvolle Sachen gelernt, wie so, oh, guck mal hier ein Vogel. Plutimikation braucht man immer. Ihr seid sicher auf dem Weg in die Schule, um Plutimikationen und Stehsitzen zu lernen, was? Und deshalb gehe ich morgen auch zur Schule. So, da bin ich. Komme ich zu spät zu den Plutimikationen? Nun, Pippi, wie viel ist fünf und sieben? Das ist mir egal. Was ist das für ein Buchstabe? Es sieht aus wie ein gerader Strich, wo eine Flieger oben was übergemacht hat. Blöde Schule macht einen ganz Mühe. Weißt du was, Fräulein, ich muss mich jetzt verabschieden. Wenn ich mal Plutimikationen brauche, komme ich bestimmt wieder. Wie können wir mit ihrer Plutimikation gestohlen bleiben? Plutimikationen, so ein Quatsch. Was soll ich mit Plutimikationen? Die Leute sind ja auch alle dumm. In der Schule, da lernen sie eine Menge Plutimikationen. Aber sich was Lustiges ausdenken, das können sie nicht. Ja, klar habe ich in der Schule was gelernt, aber wie sinnvoll war das. Also einen Meter zurück und alles rauchen. Kamera läuft. Also, welche Maßnahmen schlagen Sie vor, um den Bildungsnotstand in Europa zu heben? Also das Wichtigste für die Entwicklung und Zukunft der europäischen Kultur ist das Mitbestimmungsrecht der Schüler. Jawohl! Vielen Dank für das offene und ehrliche Wort. Gestorben. Peter, lass doch den Unsinn. Du weißt doch, wie sauer der Chef ist, wenn du immer deine dummen Witze machst. Erzähl mir nichts. Die Leute wollen, was du lachen hast. Andererseits finde ich, es gibt ganz viele Sachen, die hätte ich mal lieber irgendwo gelernt. Hat mir aber keiner beigebracht. Weder in der Schule, noch in der Uni, noch im Elternhaus. So was wie Haushalt. Brauche ich ständig. Aber bin ich eher so der Autodidakt? Ihr habt als Autodidakt niemanden, den ihr fragen könnt. Ich finde, so eine gewisse fundierte Theoriebasis schadet eigentlich nicht. Wenn man kein Autodidakt ist, wird man, glaube ich, mittelfristig Probleme in dieser Branche haben. Oder Finanzen. Wobei ich das auch eher zu Haushalten zähle. Wo es halt gucken, was man so braucht. Und dann muss man damit haushalten. Wie nur sollen die jungen Leserinnen zu ordentlichen deutschen Hausfrauen werden? Seht ihr? Wenn ich nicht aufgeräumt hätte, dann wüsste ich heute wenigstens, in welcher Ecke ich suchen soll. Das ist immer ungünstig. Also im Studium ist ungünstig. Und nachher, wenn man gerade frisch anfängt im Beruf, ist auch ungünstig. Und dann will man ja auf der Karriere later ein bisschen vorankommen, ist also auch ungünstig. Und woran erkennen das die Weibchen? Ja, dieses erkennen Sie einmal an der Farbe der Extremitäten und zum Zweiten ist es eine Instinktfrage. Es gibt also Dinge zwischen Himmel und Erde, von denen sich unsere Schulweisheit noch nicht träumen lässt. Also es ist alles in dem Schema, was die Frau gelernt hat. Intellektuell das Ganze abmessen, abwiegen, berechnen, fertig. Intuition, Bauchgefühl, ach wo, wozu denn? Dass es nicht darum geht jetzt, dass wir eine Nation in Zukunft sind, wo nur noch der Intellekt ganz oben steht, sondern es geht um ein menschliches Miteinander. Es geht darum, dass auch Menschen, die in der Vergangenheit vielleicht nicht unbedingt, in Anführungszeichen, anspruchsvollen Berufen nachgegangen sind, dennoch eine Rolle, eine wesentliche Rolle in dieser Gesellschaft haben. Und ich glaube, da müssen wir nochmal neu drauf gucken. Wir behandeln im Moment eine Gesellschaft nach rein ökonomischen Faktoren. Wir fragen einfach nur, wie viel verdienst du? Wir gucken, wie ist das Wirtschaftswachstum? Wir behandeln ganze Prozesse nur nach ökonomischen Kategorien. Aber so langsam merkt man, das sind nicht die einzigen. Und das merkt jeder persönlich, jeder, der zu Hause eine, was weiß ich, alternde Mutter hat, um die er sich kümmern muss, merkt, da gibt es noch etwas anderes. Und diesen Mut gemeinsam aufzubringen, zu sagen, lasst uns diese Kategorien nochmal hinterfragen, glaube ich, ist ein Thema. Und es ist nicht nur bei uns ein Thema, es ist, glaube ich, global eins. Ich finde, in der Schule wurde auch einiges weggelassen. What is education? Like, you're basically downloading data and algorithms into your brain. Oh, ich weiß so viel. Ich bin schon wegen Lexikon. It's actually amazingly bad in conventional education. Because, like, it shouldn't be like this huge chore. In fact, I think a lot of things, people learn, probably there's no point in learning that. Because they never use them in the future. Because a lot of kids are just in school kind of puzzled as to why they're there. Sehen Sie das da? Das ist unser Bildungsschuppen. Was wäre das Leben ohne die Schule? Das ist einmal die Anstalt menschlicher Erziehung. Bedenken Sie, wir lernen nicht für die Schule, sondern für das Leben. Naja, schön wär's. Und ich muss leider zugeben, die größte Berufsgruppe in meiner Familie, das sind Lehrer. Ich fasse es nicht, das sind wirklich Lehrer. Meine Familie ist sehr klein, muss ich dazu sagen. Meine einzigsten zwei Tanten und mein einzigster kleiner Bruder sind Lehrer. Und das hier ist das alte Jugendzimmer meines kleinen Bruders. Und hier sind mindestens 35 Grad drin. Dachgeschoss. Und eventuell sind mein einzigster Cousin und meine einzigste Cousine auch auf dem besten Weg, eine pädagogische Fachkraft zu werden. Und das ist nun mal der größte Teil meiner Familie, weil meine Familie ist so klein. Also wenn ich wollte, könnte ich voll gut Insider-Interviews machen, aber geht leider nicht, weil die wissen nicht Bescheid hierüber. Soll ja keiner wissen, dass ich hier komische Filmchen mache, von denen ich keine Ahnung habe. Aus Gründen, aus Datenschutzgründen. Für mich wäre das nichts. Schon als ich aus der Schule rausgekommen bin, habe ich mir hoch und heilig geschworen, bei allem was du tust, werde nie, 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 niemals Lehrer. Das schaffst du nicht, weil ich weiß nicht, ob bei mir irgendjemand was Sinnvolles lernt. Der Grund, warum ich glaube ich nicht dafür geeignet bin, ist, dass die mir auf der Nase rumtanzen würden. Ich habe die Schulbehörde gebeten, einen scharfen Herrn zu schicken, der sich durchzusetzen weiß. Ja, ja, Autorität ist immer gut. Du spinnst doch, ne? Man fasst es nicht. Man fasst es nicht. Was machen wir jetzt mit dem angebrochenen Vormittag? Am besten wir gehen nach Hause. Jetzt lernen wir ja doch nichts mehr. Ja, so sind die Alten. Immer gleich beleidigt. Man fasst es nicht. Freiben Sie mich, ein Würstling. So ein Mist. Man fasst es nicht. Hätten wir nicht wenigstens ein paar Blumen? Man fasst es nicht. Ich bin eben noch kappalierter Altenschule. Da gibt es ja so Tests beim Arbeitsamt. Was wollen Sie arbeiten? Ja, nichts mit Menschen, nichts mit Tieren und nichts mit Kindern. Das ist ja gut. In meinem Beruf möchte ich am liebsten tüfteln. Ah ne, warte, aus der Reihe tanzen. Das ist genau mein Ding. Auf zur nächsten Frage. Auf gar keinen Fall viel unterwegs sein. Das ist genau mein Fall. Nur mit einer Kamera und einem Computer. Ab und zu mal raufkommen hier. Was filmen, was mir halt Spaß macht. Aber neben der Frage, neben der Problemstellung, ob die ganze Ausbildung, die man bis jetzt macht, irgendwie sinnlos war. Kommt bei mir noch hinzu, dass ich denke, dass ich irgendwas Wichtiges machen müsste. Sowas soziales, gesellschaftlich Wertvolles. Weil man jetzt gerade in diesen Zeiten sieht, was für sinnlose Jobs es eigentlich gibt. Die es nur gibt, um die Leute zu beschäftigen. Beschäftigungstherapie. Weil wenn die Leute nicht beschäftigt sind, dann kommen die auf ganz verrückte Ideen. Und was heißt eigentlich beschäftigt? Ich bin den ganzen Tag beschäftigt. Irgendwas macht man immer. Die Leute suchen sich immer irgendwas zum Beschäftigen. Man kann ja auch mal nix tun. Der Fachausdruck heißt nixen. Das Gehirn nixen. Dann kommt man auf die besten Ideen. Sie sind zwar ein höchstmittelmäßiger Schömer, aber vielleicht trotzdem ein anständiger Mensch. Diejenigen, ist jetzt meine persönliche Meinung und Erfahrung, diejenigen, die einen sogenannten höheren Abschluss anstreben, die haben meist einen echt fiese Charakter. Was? Was habt ihr für einen fiese Charakter? Kommt natürlich immer individuell auf die einzelne Person an. Aber ich behaupte mal, da gibt es einen Trend. Linear oder exponentiell, weiß ich noch nicht genau. Mit logarithmischer Säuberfunktion. Ein Kind, das von seinen Eltern liebevoll behandelt wird und das seine Eltern liebt, gewinnt dadurch ein liebevolles Verhältnis zu seiner Umwelt und bewahrt diese Grundeinstellung sein Leben lang. Auch künftige Staatsmänner und Politiker werden zu Charakteren geformt, noch bevor sie das fünfte Lebensjahr erreicht haben. Das ist erschreckend, aber es ist wahr. Alle Kinder brauchen Liebe. Und die sollt ihr jetzt von mir bekommen. Aber ich bitte zuerst, Frau Doktor. Hier meine Frage. Was bringt mir mein Studium, meine Ausbildung im echten Leben? Außer schicke Segelohren bringt mir das gar nichts. Für mich diese Segelohren. Keine Sau interessiert sich mehr für deinen Abschluss. Hat es mein Leben lebenswerter gemacht? Kann ich davon noch irgendwas gebrauchen? Also die alte Frage, die ihr bestimmt noch aus der Schule kennt. Wofür brauchen wir das alles? Wenn es nach Kaplan geht, gar nicht. Der Arbeitsmarkt bezahlt mich nicht für die Inhalte, die ich studiert habe. Oder wie er es nennt, nussloses Wissen. Sondern dafür, was mein Uni-Zeugnis über mich aussagt. Nämlich, dass ich arbeiten kann. Oder wie er es nennt, extreme Langeweile aushalten kann. Und das Wichtige ist, ihr müsst euch mit jeder Arbeit verbessern. Es bringt nichts, dass ihr sagt, ihr habt ein abgeschlossenes Studium oder ihr habt eine abgeschlossene Ausbildung. Aber bloß gesagt, das interessiert in der Branche keinen. Ist wirklich so. Aber in den meisten Fällen wollen die Leute eigentlich einen Profi haben. Die suchen eine Art Geschäftspartner auf Augenhöhe, der das Fachliche mitbringt. Ich habe ja Elektrotechnik studiert. Und beschäftige ich mich jeden Tag mit Elektrotechnik? Ich versuche es ein bisschen hobbymäßig hier mit einem YouTube-Kanal. Aber das hätte ich auch machen können, ohne das zu studieren, oder? Ich meine, das kann ja jeder machen. Schon heute wird deutlich, dass das nichts nützt, wenn Sie eine ordentliche Berufskarriere hingelegt haben. Abitur 1,0, dann noch studiert. Und was da passiert ist, da werden Sie sozusagen auf ein Gleis gestellt. Und da können Sie dann abfahren. Da müssen Sie Ihren Bachelor machen und Ihren Master und danach promovieren. Bevor Sie da irgendwo ankommen, sind Sie über 30. Und dann ist das auch nicht so, dass das besonders lukrativ wäre, so wie früher, wo man besondere Privilegien hat als Arzt oder als Hochschullehrer. Sondern da verdienen Sie auch nicht viel mehr als jeder andere in der Wirtschaft. Das heißt, es lohnt sich überhaupt nicht, dieser ganze lange Weg. Wir kommen in eine Phase, wo vielleicht nicht jeder Arbeit hat. Und die Konsequenz ist nicht, die dürfen wir nicht fallen lassen. Die Konsequenz wird sein, dass wir, jeder Einzelne, sich fragen muss, definieren wir uns eigentlich nur über Arbeit? Gibt es vielleicht etwas anderes, was wichtig ist? Müssen wir anfangen, über einen neuen Gesellschaftsvertrag nachzudenken? Und die Frage heißt jetzt, wenn das in Zukunft so ist, dass viele Tätigkeiten, die heute noch von Leuten in Berufen ausgeübt werden, in Zukunft von Maschinen übernommen werden, und dann zwei Dritte derjenigen, die heute in der Schule sind, eigentlich gar nicht mehr wissen, wo sie hin sollen, was ist denn dann die Qualifikation, die man braucht? Die Zuschauer müssen es eigentlich selber rauskriegen, weil das nützt nichts, dass man denen das sagt. Welche fliegen denn zuerst raus? Jetzt komme ich zum Punkt, der nur deshalb arbeitet, weil er Geld damit verdient und dem die Arbeit eigentlich per se scheißegal ist. Bis sind die, die alle rausfliegen. Und jetzt heißt die Frage, woher haben denn die ihre Lust am Arbeiten verloren? Weil es nicht ihre Berufung ist, sondern ihr Beruf. Sie müssen es machen. Weil sie schon die Lust am Lernen verloren hatten in der Schule. Die hatten schon keine Lust aufs Lernen. Deshalb haben sie irgendeinen Beruf genommen, der ihnen gerade mal so eingefallen ist. Manche werden auch damit Hochschulprofessor. Also wir sind ja nicht in einzelnen Berufsbildern, sondern wir sind in einer Karriere, die dadurch geprägt wird, dass ein Mensch eigentlich nur arbeiten geht, weil er Geld verdienen will. Der hat gar keine Lust an dem hat, was er da tut. Und deshalb dort auch nichts gestaltet und deshalb das, was er dort macht, so mechanisiert ist, dass man es auch locker durch Automaten ersetzen kann. Das heißt, in Zukunft werden all diejenigen keinen Job mehr haben, die in der Schule ihre Lust am Lernen verloren haben. Das heißt, überall, auch in Branchen, die mit sehr viel Bildung zu tun haben, werden wir Veränderungen haben. Unsere Welt ändert sich heute so schnell. In 30 Jahren passiert so viel. Und wir werden so viel Veränderung allein die nächsten 10 Jahre wiedersehen. Wir können mitgehen oder stehen bleiben. Stehen bleiben sieht manchmal besser aus. Aber Veränderung ist schon immer gewesen, wie die Welt funktioniert hat. Also Qualifikation alleine ist noch kein Allheilmittel gegen Arbeitsplatzverluste. Was mir wichtig dabei ist, ist nicht nur zu sagen, das alles ist eine Dystopie, wir rutschen in ein furchtbares Zeitalter. Ich glaube, dass es eine enorme Chance ist. Es ist eine enorme Chance, wenn wir begreifen, dass wir diese Gesellschaft wirklich umbauen können. Dass wir Jobs, die vorher furchtbar waren, man denke wirklich ans Fließband. Das ist keine Lebenserfüllung. Wenn eine Maschine das macht, umso besser. Wird es Menschen geben, die sind Verlierer? Und die müssen wir auffangen als Gesellschaft. Das ist zumindest meine persönliche Meinung. Und das bedeutet, bei Veränderungen solidarisch zu sein. Die Frage ist, was ist Arbeit, was ist Existenzsicherung, was ist Erfüllung? Und möglicherweise spaltet sich das auf. Das heißt, in einigen Jahren ist es durchaus denkbar, dass wir so etwas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen haben, sodass Fortschritt stattfindet, ohne dass Menschen existenziell bedroht sind. Aber dann wird das Interessante sein, wodurch definieren wir uns? Ich plädiere sehr stark dafür, sehr viel stärker Bildung, also wirklich andere Qualitäten zu nehmen. Zum Beispiel auch die Wechselwirkung von Menschen mit Menschen. Wie viel auch von dem kreativen und transformative Wissenschaft und so weiter eben in den Bildungskanon aufgenommen wird. Wir haben immer wieder die Diskussion darüber, wie das auch tatsächlich anerkannt werden kann. Wenn ich als akademisch orientierte Person mich eben Vermittlungen in die Gesellschaft beispielsweise oder einem breiteren Interessensbild oder vielen Engagement neben dem, was ich kognitiv studiere, widme, wie kann man das anders eben tatsächlich auch in die Leistungsbeurteilung einfügen? Für alle, die das interessiert, wie es schon mal ein bisschen gelaufen ist, ist die Strohschneider-Schneiderwind-Debatte, glaube ich, spannend. Wir haben ja heute die absurde Situation, wir leben in einem Industrieland und elementare menschliche Bedürfnisse, die Pflege von alten Menschen, genug Zeit haben für die Kinder, fällt manchmal runter. Genau dort haben wir eigentlich das Potenzial, diese Gesellschaft besser zu machen. Aber was passieren wird, ist, wir müssen uns verabschieden von dieser alten Perspektive, mit der wir auf unser Leben, auf die Rolle der Arbeit, auf all diese Dinge gucken und im Grunde genommen nochmal neu denken. Hat hier jemand so eine schöne Brücke gebaut? Hier, diese Brücke, totale Verschwendung. Wird viel Geld aufgebaut, dann wird es zerstört und seit über 60 Jahren nicht mehr aufgebaut. Wie viele Jahre sind denn jetzt schon her? Warte, 45? Multiplikation, brauche ich das wirklich? Oder kann ich einfach meinen Taschenrechner benutzen? Seit 75 Jahren nicht aufgebaut und es sieht auch nicht so aus, als ob da jemand jetzt demnächst kommen würde, um die Brücken wieder aufzubauen hier. Das ist schon krass. Wir haben gekämpft für unser Vaterland ohne Rücksicht auf Standverluste. Hinten ist noch eine richtig alte, da, so eine richtig historische alte Laterne. Interessiert keine Sau mehr. Aber schön ist es hier schon. Vor allem sieht der Fluss auch gar nicht so tief und gefährlich aus. Da könnte man bestimmt durchwarten oder schwimmen, wenn man wollte. Da haben sie hier so eine Elektrozaut aufgestellt. Da bin ich ganz leicht rübergesprungen, ohne eine Gewicht zu bekommen. Der hat gar nichts gebracht. Sorry, jetzt bin ich in der verbotenen Zone. Offiziell ist der Zaut auch nur da wegen der Wildschweinpest. Und nicht hier, um die Grenzen durchzumachen. Einige behaupten, zu viele Akademiker, die man nicht gebrauchen kann. Zu wenig Auszubildende, die einfach nur fehlen. Deutschland fehlen die Fachkräfte. Gleichzeitig wollen immer mehr Leute studieren. Seit 20 Jahren gibt es immer mehr Erstsemester. Aber was, wenn das jeder so macht? Dann haben wir ein großes Problem. Steigende Studierendenzahlen kann man als Geldverschwendung sehen. Und je mehr Leute studieren, desto weniger machen eine Ausbildung. Und das führt dazu, dass uns Fachkräfte fehlen. Zusätzlich noch zum demografischen Wandel. Ich müsste erst einmal einen Beruf haben. Was hast du dir überhaupt gedacht, dass du werden willst, so ohne Attentur? Komm, wollen wir mal überlegen, ja? Suchend Deutsch sind Sie im Mangel. Ja, Deutsch. Deutsch liegt mir nicht. Das ist schlimm. Was wollen Sie denn einmal werden? Das weiß ich noch nicht. Suchen Sie sich einen Beruf, bei dem Sie nicht viel zu schreiben haben. Am besten werden Sie Zahnarzt. Bitte? Vielleicht sollte ich nochmal was studieren, dann fühle ich mich wieder jung. Oder doch besser eine Ausbildung? Moment, ich habe hier so einen Test gemacht. Bei mir kamen da wirklich ganz, ganz komische Ergebnisse dabei rum. Ich glaube, ich sollte Schreiner und Tischler oder sowas werden. Also wirklich überhaupt nichts mit dem, was ich heute mache. Und wir haben mal bei uns im Team rumgefragt und da sah das nicht anders aus. Einer von uns sollte Orgelbauer werden und ein anderer Fisch wird. Ich habe jetzt keine Bildschirmaufnahmen während des Tests gemacht, aber ich schwöre, das kam da bei mir raus. Berufe entdecken. Game Art and Animation. Game Programmer. Textil und Modenäher. Die wenigsten Treffer. Metall- und Glockengießer. Präparationstechnischer Assistent. Grafikdesigner. So, und jetzt bin ich mit der Uni durch und warte immer noch darauf, dass mir irgendjemand sagt, was ich machen soll. Aber damit verstehen Sie mich richtig, denn langweilig ist mir auf gar keinen Fall. Ich habe genug zu tun, auch wenn ich mich dabei im Kreis drehe. Ich glaube, das Wichtige in diesem Land, in dieser Branche, ist gar nicht so sehr die Ausbildung, sondern die Attitüde, die man dahinter legt. Und der Vorteil dieser Ausbildung ist, dass man sofort ins Business reinkommt. Also ihr fangt an, ihr lernt und ihr seid gleich in einem professionellen Umfeld, wo all das auch angewendet wird. Wo dafür Geld bezahlt wird, anders als im Studium. Eine wichtige Frage, die man sich, glaube ich, stellen muss, bevor man entscheiden kann, welcher Weg für einen der wichtig ist, ist so ein bisschen, wo man eigentlich sich künftig sieht. Wolltet ihr mich schon immer mal bei einer Magisterarbeit helfen? Und mit so einer Ausbildung bringt man in der Regel ein solides Skillset mit. Studiengänge gibt es natürlich genauso, weil man lernt in der Regel immer eine Mischung aus einem theoretischen und praktischen Grundgerüst. Und das kann auch ein solider Einstieg sein. Weniger, weil man bei vielen Hochschulen jetzt fachlich so unfassbar viel mehr lernt als zum Beispiel in der Ausbildung. Sondern viel mehr, weil man beim Studieren meistens interessante Kontakte knüpfen kann, die einem später weiterhelfen können. Ja, so, folgende Frage. Welche Ratschläge würdet ihr einem jüngeren Ich von euch mit auf den Weg geben, damit der oder diejenige sein Leben lebenswerter gestaltet? Damit das eigene Leben ein bisschen lustiger gelaufen wäre? Anders. Aber man kann ja nicht alles sofort immer gleich wissen, wie es läuft. Man muss es ja auch ausprobieren. Trial and Error. Einfach mal ausprobieren. Das wird schon. Haben Sie ein Lebensziel. In der Schule haben Sie es nicht gelernt. Da würden Sie ja was fürs Leben lernen. Überlegen Sie mal, ist in der Schule jemals darüber geredet worden? Wahrscheinlich nicht. Wenn, dann war es eine Ausnahme. Da lernen Sie Wurzel ziehen. Und dann wird behauptet, dass Sie dort etwas fürs Leben lernen würden. Das könnte ein Lebensziel sein. Ich will meine Anlagen, Talente stärken, optimal ausbauen. Und ich will den Menschen, mit denen ich zu tun habe, auch helfen, das zu tun, so sie das wollen. Wir wollen ja niemanden zwingen dazu. Wir sollten uns einfach darauf konzentrieren, wie wir miteinander weiterkommen können. Denn ich finde, untereinander ist man eigentlich immer irgendwo Kollege und wir können voneinander lernen. Und das ist eben diese Attitüde, die vor allem das Studium vermittelt. Mein Ratschlag macht das, was für dich das Richtige ist. Und ich weiß, dass das gerade so klingt wie die Oma und ich effektiv keinen richtigen Ratschlag gegeben habe, der irgendwie sinnvoll ist. Aber das ist irgendwie so das, was ich als Lebensratschlag mitgeben kann. Nicht jeder Zweck von einem Studium lässt sich finanziell messen. Ich werde dafür sorgen, dass diese Anstalt von den Nichtskönnern befreit wird, die dem Staat und ihren Eltern das Geld aus der Tasche stehlen. Da können Sie ruhig drüber verfügen. Wirtschaft und Bildung Hand in Hand, sagt mein Vater immer. Sehr vernünftiger Standpunkt. Was ist mit meiner persönlichen Entwicklung, die ich während eines Studiums durchmache? Unabhängigkeit, Freunde, eine neue Sicht auf die Welt oder einfach nur spannendes Wissen über Themen, die mich interessieren. Charakterentwicklung. Das ist super wichtig, lässt sich aber nicht in Geld aufwiegen. Eine Zeit mit der Chance enormen persönlichen Wachstums. Also in der Zeit habe ich, glaube ich, so viel charakterlich und über mich selbst gelernt wie noch nie vorher. Also die Chance ist riesengroß, da einiges aufzuholen, was man bisher im Leben verpasst hat. Und es gäbe ein Lebensziel, vom Ich zum Selbst zu gehen. Das kleine Ich ist der Teil unserer Persönlichkeit, den wir als selbst bezeichnen, wo unsere Programme, unsere Hoffnungen, Wünsche, Ängste, wo alles drin steckt. Und da hängen wir ja sehr dran. Und das Selbst wäre dieses übergeordnete etwas Größere, das alle Menschen verbindet. Wenn ich näher ans Selbst kommen würde, würde ich nicht mehr so viele Leute ablehnen. Und genauso, dass die Skills aus einem Studium Schwachsinn sind, kann ich nur begrenzt verstehen. Auch wenn du vielleicht mal irgendwo arbeitest, wo du die Informationen aus deinem Kulturwissenschaftenstudium nicht konkret brauchst, gibt es da trotzdem Skills, die erhalten bleiben. Quellenarbeit, Zeitmanagement oder Argumentieren. Figure out how to build a life with low enough overhead, where you can be a creator of ruckuses, the kind of person that goes into the world and makes things better, by making better things over and over again. Because that's how you're gonna learn how to fail. That's how you're gonna learn how to solve interesting problems. And then the world will start a line at your door, instead of you having to get picked by them, they're gonna say, please, help me with this problem. And that's what we need to be known by. We need to be known by our work, not our resume. Mit allem, was dazugehört und mit allen Lebensläufen, die dazugehören und das alles gleichwertig wäre. Gleichwertig und gleichgeschätzt in der Gesellschaft. Ja, und das wünsche ich mir für die Zukunft. Jetzt kommt ein bisschen mein Traum und mein Ziel ist das hier. Das ist nicht diese Ego-Gesellschaft, das ist eine Wir-Gesellschaft. Ich glaube einfach, dass wir alle im Grunde genommen am glücklichsten sind, wenn wir anderen, wenn wir wissen, dass eine Gesellschaft gut dabei ist. Wie alt bist du? Such dir einen Job. Ich bin 29 und das hier ist mein Job. Ich mache nichts anderes als Videos. Ich weiß, es ist dämlich. Ich arbeite für mich, denn das hier ist mein Leben. Die Vorstellung von deinem perfekten Leben mit perfektem Job wäre wahrscheinlich meine perfekte Hölle. Und ich werde nicht versuchen, in dieser Hölle zu leben, nur um in deinen Augen irgendwas wert zu sein. Und ich kann ja mit mir und meinen Mäusen was zu fressen kaufen und das reicht mir. Aber ist das Avocado? Probier mal richtig gut. Wie alt bist du? Such dir einen Job. Ja, und ich denke, das fasst alles zusammen. Das ist eine 1A-Bastelarbeit mit umfunktionierter Jakobsleiter. Ein Herz mit Funkenstrecke. Mit Symbolik. Hier mit Status-RD. Also bei diesem Filmchen hat man hoffentlich gemerkt, dass einige da Moderationsaufnahmen ein, zwei Jahre alt sind. Weswegen es auch beim Schneiden nicht ganz klar war, wo das Video eigentlich hin will. Ins Internet. Ich wollte noch irgendein Fazit ziehen. Genau. Ende letzten Jahres habe ich nochmal eine Art Zusammenschnitt, ein Medli-Filmschnipsel-Video über meine Studienzeit gemacht. Und das habe ich mir jetzt nochmal angeschaut und wollte sagen, ja, eigentlich war es schon eine schöne Zeit. Nicht eigentlich, es war schön. Weil für mich war es so, ich weiß, das gilt nicht für jeden, aber für mich war es so eine Art sorgenlose Experimentierzeit. Jetzt bin ich ja erwachsen. Wir könnten uns entscheiden, erwachsen zu werden. Und das Kind lebt in einer heilen Welt zunächst. Nicht mal, wenn es Hunger hat, schreit, es wird gefüttert und so weiter. Dann wächst es heran. Dann begreift es, dass die Welt nicht ganz so heil ist, wie es eigentlich gehofft hatte, dass da Probleme sind. Aber es gehört zum Kindsein, dass man dann schreit nach jemandem, der hilft. Das ist dann Vater und Mutter. Und irgendwann ist das dann Vater Staat. Ich habe wohl mehr aus dem System gezogen, als ich je eingezahlt habe. Mein Sozialgesellschaftspensum ist eigentlich noch nicht wieder auf Niveau gebracht. Traurig, aber wahr. Wir versuchen alles abzusichern, auch die Zukunft, auch die Ungewissheiten. Und wenn was schief geht, wenn zum Beispiel so und so viele Leute keine Arbeit haben, muss Vater Staat helfen. Weil wir Kinder sind, älter geworden, aber eben Kinder sind. Man könnte sagen, ich möchte erwachsen werden. Wenn ich erwachsen werden möchte, dann heißt das, ich übernehme Verantwortung. Ich suche nicht immer nur nach Schuldigen. Ich suche nicht immer nach jemandem, der in irgendeiner Weise verantwortlich ist für die Tatsache, dass mir dieses oder jene widerfahren ist. Und wir suchen dann, wer kann uns helfen. Wer übernimmt die Verantwortung für unsere Probleme. Das könnte ein Lebensziel sein. Im Sinne Detlefsons, erwachsen zu werden. Als Student habe ich einfach so vor mich hingelebt, ganz frei von diesen ganzen erwachsenen Themen und mich nochmal so richtig jung gefühlt. Klingt komisch, aber für mich war es das Zukunftssichere als jetzt. Und im Nachhinein denke ich, ich hätte noch so viel mehr machen können. Das wäre die Zeit gewesen, wo du mal alles hättest ausprobieren können. So alibimäßig. Aber zu viel ist auch nicht gut. Wenn ihr mal irgendwas gelernt habt, ich glaube, euch muss ich das nicht sagen, denn ihr seid alle Zuschauer auf YouTube und guckt euch ja so ein Content an. Das Zeug veraltet so schnell. Das Zeug veraltet einfach so schnell. Es kommt permanent neue Technik raus, die ermöglicht es, uns Dinge zu tun, die die Workflows verändern. Und plötzlich können wir anders arbeiten oder müssen bestimmte Dinge nicht mehr tun. Deswegen die Bereitschaft, sich weiterzubilden, die ist in dieser Branche so wichtig, weil ihr nicht nur alle paar Jahre mal irgendwie auf einer Tagung die neuesten Dinge lernt, sondern weil ihr gefühlt ständig am Puls der Zeit sein müsst. Allein auch deswegen, um immer wieder neue Trends aufzunehmen, visuelle Trends aufzunehmen, so zu wissen, okay, was gucken die Leute. Diesen unbedingten Willen, ständig zu wissen, was es Neues gibt und Neues auszuprobieren. Das ist eine Art, die teilweise sogar auf Ablehnung stoßen kann. Das merkt man insbesondere, wenn man sich in etwas konventionelleren Kreisen ab und zu bewegt. Wenn ihr Abi habt, dann seid ihr ja quasi Hochschulstudienberechtigt. Schaut euch mal nach Studiengängen um. Guckt mal, worauf die ihre Schwerpunkte liegen. Die sind nämlich mitunter ganz schön unterschiedlich. Die Praxiserfahrung vor dem Studium zu haben, finde ich es echt eine hilfreiche Sache, weil ihr schon mit einem viel geschärfteren Blick ins Studium reingeht. Das Studium, meiner Ansicht nach, ist eben nur so gut, wie auch die praktischen Erfahrungen, die ihr während des Studiums sammeln könnt. Und die zu holen, liegt komplett bei euch, da wird euch kein Prof darauf hintriezen. Die lassen euch nach drei oder vier Semestern aus dem Studium raus mit Note 1,2 und ihr habt im schlimmsten Fall keine Ahnung, wie ihr daraus jetzt ein Business macht. Das ist eben der wichtige Punkt. Weil teilweise die Leute in das Studium reingehen und sagen, und ja, dann studiert man so vor sich hin und fragt sich irgendwann, wo ist denn der Markt, der jetzt nun auf so wie mich wartet? Der ist nicht da. Er wartet zumindest nicht. Er ist vielleicht da, aber er wartet zumindest nicht. Soft Skills und Hard Skills. Also in der Uni hat man noch mehr so ein Ziel. Man weiß, ich bin jetzt in dem und dem Semester und muss da durchkommen, na klar, aber ansonsten, nächstes Ziel ist dann das nächste Semester erstmal. Und das reicht ja dann auch. Damit bist du dann erstmal beschäftigt und kannst ja nicht so viel Sorgen um deine sonstige Lebensplanung machen. Soft Skills. Was habe ich alles gemacht? Ich habe Filme geschnitten, die sich keiner angeschaut hat. Ich habe Musik gemacht, in einer Big Band Posaune gespielt. Ist drauf, ist drauf. Zeige ich mal. Unisport. Also pass mal auf. Ja, dann hier das auch das linke über das rechte. Einmal durch. Und dann, falls richtig, aufstellen. Und dann, und dann, und dann fertig. Das hier ist die Sport-Teile, wo ich immer Karate habe. Rhythmische Sport-Gymnastik-Lessourcen. Nein, du bist ein Wissenschafts-Bloch. Nein, hat einfach gesagt. Sprache. Habe ich zweimal einen Russisch-Grundkurs angefangen und jedes Mal das Handtuch geworfen. Sophia. Neu-Russisch-Aufzeichnung. Neue Sprachen lernen war jetzt nicht so mein Fall. In der Fachschaft war ich auch mal. Zu Besuch. Lass du dir aber eine kleine handliche Kamera zurecknen. Da wohnst du dann auf deinem 12 Quadratmeter Studentenwohnheim. Hast lecker Essen in der Mensa. Es gab auch damals schon veganes, leckeres Essen in der Mensa. Was brauchst du mehr? Ich hatte mal so eine Art Freischein. Ja, ich bin Student. Ich darf das. Ein Studium ist ein sicherer Raum. Ihr seid über ein paar Jahre relativ günstig im Leben unterwegs. Ihr habt eine saugünstige Krankenversicherung oder seid noch Familienversichert oder sowas. Man hat in der Regel nicht so hohe Kosten, außer man wohnt irgendwie in München oder Frankfurt oder so. So, aber man kann Dinge tun. Das war das, was ich in meinem Studium gemacht habe. Die meisten Projekte, die ich gemacht habe, habe ich nicht fürs Studium gemacht, sondern die habe ich gemacht, weil ich mit Kommilitonen irgendwas selbst auf die Beine gestellt habe, weil wir Kurzfilme gedreht haben oder so. Und dadurch habe ich halt sau viel gelernt. Und das war das, was ich rückblickend wirklich als mega bereichernde Erfahrung einstufen würde. Ihr seid eine vergleichsweise günstige Arbeitskraft und könnt halt über Werkstudententätigkeiten auch in Firmen reinkommen. Das ist so ein bisschen diese Freiheiten, die ihr im Studium habt und die ihr nicht habt, wenn ihr fünf Tage die Woche, acht Stunden am Tag eben schon in der festen Struktur arbeitet. Da kriegt ihr quasi den Prozess eurer Ausbildung vorgelegt, seid aber auch in diesem Rahmen dann eben gebunden. Und wenn dieser Rahmen vielleicht gar nicht genau auf euer Bedürfnis passt, dann ist das blöd. Im Studium könnt ihr euch diesen Rahmen selber stecken und solltet es auch nutzen, denn ihr habt Zeit und ihr habt Freiheiten und die sind wichtig. Autodidaktisch muss man sowieso mal sein, also ohne kommt ihr in beiden Fällen meiner Meinung nach nicht weit. Ihr müsst Freak sein. So, genug gelernt. Jetzt mache ich mal aus. Oh, klapp. So, weitere Fragen. Was kann ich mit meinem Elektrotechnik-Hintergrund noch anfangen? Was kann ich machen, was gesellschaftlich sinnvoll ist? Was kann ich machen, was mich glücklich macht? Muss ich überhaupt was machen? Und ja, was hätte ich eigentlich anders machen sollen? Ist doch egal. Es ist, wie es ist. Es ist ja irgendwie gelaufen und es ist schon gut so, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Kann man akzeptieren. Sollte man. Und wenn diese Brücke tatsächlich irgendwann nochmal aufgebaut wird, dann komme ich nochmal hierher und filme, wie ich da drüber laufe. Ich glaube fest daran. So, Brücken bauen macht doch Spaß. Staudamm bauen auch. Macht alles total viel Spaß. So, jetzt muss ich hier wieder rüber. Der Zaun bringt es echt nicht. Geschafft. In diesem Sinne, bleibt sauber, bleibt sicher und macht es besser. Tschüss, bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, frisch, fronten, fröhlich, frei, Hanska. Wahr sind nur die Erinnerungen, die wir mit uns tragen, die Träume, die wir spinnen und die Sehnsüchte, die uns treiben. Damit wollen wir uns bescheiden. zinc spotted, starten, nun nur die Erinnerungen, Das ist alles... Jetzt kamen. Das ist sole, Die S cuc archäen. Das ist alles is dran.